Ich rede natürlich, wir haben sie weit schon erkannt, von den Rolling Stones. Warte mal, nehmen wir an uns. Jetzt müssen wir noch auf die kommen. Genau. Ja, machen wir gut. Keith Richards, sie helfen mir dabei. Ich brauche bloß noch diese Wundi zu pusten und ein bisschen das Mikrofon zu hauen. Das erste Mal, wir sind bei mir. Dieser Lehrer kennt vielleicht den Song, ich habe ihn vor vielen Jahren schon mal gespielt. Und ich habe ihn damals so genannt, den nenne ich auch weiter noch. Ganz einfach, die Rolling Stones mit mir zusammen, der selbe zur Metraschon Blues. Es ist kurz vor dem, die Sonne steckt. Der meteorische Wetterdienst, mit schweren Gewitternsicht Die Motoren der Brescher, Roller gegen den Wind Alles wartet gespannt, dass der letzte Durchschlag beginnt Übung meldet der Gesichter, seht sich auf und und an Fragen sich oder ein Tod, gleich geht's voll ran Die Draschen stehen, die Schnaufe der Stier vor ihrem Letzgemeine fällt Und jetzt auf Geiz, der Stockschuss fällt Wie eine Feuerwehr weizen, braten sich die Stiere im Weg Und eine Musikstunde, bis auch das nächste Kunde unterliegt Die Doppelrohre, die Blitze zöcken Zum Reißen der Spinnen, der Schweden Ja und das Wetterverlag, wenn wir alles reichen Was wir ein ganzes Jahr angeschaut Ein Verwissner, der Bremse Im Dettlauch in dem Zeit Wie ich mich nicht einmal das Pferd vergessen Zum 30. Jahrhundert Und am Rennstuhl in der Karriere hat ein Stimmungsland mit gewaltiger Macht. Aber wir, wir sitzen schon beim vierten Herbst, denn wir haben's wiederum geschaut. und am Rennstuhl in der Karriere und am Rennstuhl in der Karriere Wir sind auch in der Karriere Vielen Dank.